Und Lisa, was machst du am Wochenende gern? Hast du Hobbys? Ja, natürlich. Ich wandere gern oder treffe meine Freunde, aber am liebsten tanze ich Salsa. Echt? Du tanzt gern Salsa? Ja. Genial. Este fue un pequeño aperitivo. Ahora te espera el plato principal de lujo con una conversación real en alemán entre dos nativos para el nivel A1. Con esta conversación podrás mejorar tu comprensión auditiva, ampliar tu vocabulario e integrar las frases que utilizaremos en tu día a día. No te preocupes, por supuesto hemos adaptado la conversación para que sea perfecta para el nivel A1. Y hoy estoy aquí con mi querida colega Lisa. Hallo. Hallo. Ella también es profesora de alemán y forma parte del excelente equipo de Toro Alemán. Muy bien. Para que saques el mayor provecho de esta conversación, tenemos los siguientes rápidos consejos para ti. Sigue el desarrollo de la conversación con suma atención. Puedes pausar el video las veces que quieras para repetir las frases en voz alta y aclaraduras de vocabulario. Los subtítulos en la parte de abajo te ayudarán. Cierra los ojos al repetir las frases, expresiones o vocabulario. Así, lo memorizarás todo mejor. Puedes reducir la velocidad del video a 0.75 si te cuesta seguir la conversación. Luego podrás normalizar la velocidad. También puedes leer y escuchar al mismo tiempo. Así te resultará más fácil. Para que puedas leer mejor la letra, gira el celular. No olvides que este video es para que lo trabajes. Tiene que ser un pequeño reto. Es por eso que te recomendamos verlo varias veces. Al final, te daremos más recomendaciones acerca de cómo hacerlo. Así que, prepara las palomitas y el refresco. Y concéntrate porque ya cambiamos al alemán. Lisa, yo veo que tienes muy buena buena, ¿no? Sí, yo tengo buena buena buena. Aquí en München scheint la luz, la luz, la luz y la luz y la luz y la luz y tenemos 25 grados. Oh, wow. Y cómo es lo que es para ti, Henry? Oh, bien, 25 grados. Eso es realmente warm. Para el mundo es muy warm. Hier in Hamburg regnet es und ja, und wir haben 15, 15 grad. Oh, das tut mir leid. Ja, kein Problem. Ich bin, ich bin optimistisch. Morgen soll das Wetter, ja, morgen soll das Wetter gut sein und auch die Sonne scheinen. Ja, und was machst du heute, Henry? Hm, gute Frage. Ähm, ich weiß es noch nicht. Ich habe heute frei und muss nicht arbeiten. Ich habe also viel Zeit. Schön. Ich muss heute leider arbeiten. Och, schade. Och, schade. Och, schade. Und wann musst du arbeiten? Hm, ich arbeite normalerweise von 11 Uhr bis 19 Uhr. Am Wochenende habe ich frei. Oh, sehr gut. Hm. Es ist toll, dass du am Wochenende frei hast. Und Lisa, was machst du am Wochenende gern? Hast du Hobbys? Ja, natürlich. Hm, ich wandere gern oder treffe meine Freunde. Okay. Aber am liebsten tanze ich Salsa. Echt? Hm. Du tanzt gern, oh, du tanzt gern Salsa? Ja. Ja, Salsa macht mir auch Spaß. Okay. Aber ich persönlich, Lisa, mag Bachata lieber. Okay. Ja, das ist die Frage. Salsa oder Bachata? Ich mag Bachata auch. Und ihr Leute? Tanzt ihr auch gern? Welchen Tanz mögt ihr lieber? Schreibt es uns unter diesem Video in den Kommentaren auf Deutsch. Aber Henry, dieses Wochenende kann ich nicht tanzen gehen. Ich habe keine Zeit. Wirklich? Hm. Warum nicht? Hast du Pläne? Ja. Ja, eine Freundin besucht mich und wir fahren mit dem Zug nach Konstanz. Kennst du Konstanz? Ja. Ja, ich kenne Konstanz. Ich habe Konstanz schon einmal besucht. Ich glaube, es war vor fünf Jahren. Ah. Ja, es ist eine sehr schöne Stadt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir möchten in Konstanz in einem Restaurant essen und dann mit dem Fahrrad auf die Insel Reich hinauf fahren. Dort kenne ich ein gutes Café. Es gibt leckere Kuchen und den besten Kaffee. Echt? Den besten Kaffee? Hm. Magst du gern Kaffee trinken, Lisa? Ja, ich liebe Kaffee. Am liebsten morgens, mittags, abends. Naja, in der Nacht schlafe ich. Ja, klar. In der Nacht. In der Nacht kannst du keinen Kaffee trinken. Und, aber wo schlaft ihr? In einem Hotel? Ja, genau. Wir schlafen in einem Hotel im Stadtzentrum von Konstanz. Oh, ich freue mich. Machst du auch bald Urlaub, Handy? Ja. Ja, also ich möchte im Herbst, genau, im Herbst mit einem Freund nach Nürnberg fahren. Im Herbst, ja? Wann genau? Im Oktober oder im November? Hm, also wir möchten im Oktober nach Nürnberg fahren und ja, wir fahren nicht mit dem Zug, wir fahren mit dem Auto. Ja, mit dem Auto? Wie lange muss man von Hamburg nach Nürnberg fahren? Das sind fast sieben Stunden, Lisa, glaube ich. Aber manchmal fahre ich und manchmal fährt mein Freund und wir bleiben für eine Woche dort. Wow, Henry, sieben Stunden, das ist lange. Aber gut, mit einem Freund und Musik macht das Spaß. Ja, genau. Wir hören Musik und wir machen auf der Autobahn auch Pausen. Wir haben, Lisa, wir haben ja Zeit und wir müssen nicht schnell in Nürnberg sein. Und wenn ich Auto fahre, höre ich auch gerne Rockmusik. Da bleibe ich, da bleibe ich wach und schlafe nicht ein. Und du, Lisa? Das glaube ich, das glaube ich, Henry, das glaube ich. Mit Rockmusik kann man nicht schlafen. Ich höre alles gern. Okay. Popmusik, Rockmusik und natürlich Salsa. Natürlich Salsa. Cool. Mein Freund und ich wollen zu einem Konzert nach Nürnberg gehen. Es ist eine deutsche Band und sie singt auch auf Deutsch. Super. Ja. Super. Ja, ich mag deutsche Musik auch sehr gern. Wo ist das Konzert? In einem Park? Ja, genau. Woher weißt du das? Also, das Konzert ist in einem schönen Park und da sind viele Bäume und es gibt auch einen See. Ja, es gibt auch einen See und wir nehmen Bier und Brötchen mit Schinken und Käse mit und dann hören wir der Band zu. Oh, schön. Das klingt gut. Ja, das finde ich auch. Warst du schon in Nürnberg, Lisa? Ja, eine gute Freundin von mir lebt in Nürnberg. Ich habe sie schon einmal besucht. Wir sind auch in einen Park gegangen. Ah, okay. Dort haben wir ein Boot gemietet und sind dann mit dem Boot auf dem See gefahren. Hm. Dann haben wir ein Picknick gemacht. Echt? Ihr habt auf dem See gegessen? Ja, genau. Wir haben eine Flasche Wein, Käse und Brot mitgenommen und haben im Brot gegessen. Das war schön. Danach haben wir ein sehr interessantes Museum besucht. Es ist in der Nähe des Parks. Oh, gute Idee. Das, ja, das muss ich meinem Freund erzählen. Ich gehe nämlich auch gern in Museen. Aber, Lisa, ehrlich gesagt, gehe ich lieber in ein gutes Restaurant. Oh ja, ich esse auch sehr gern. Was ist dein Lieblingsessen, Henry? Am liebsten esse ich ein Schnitzel, ein schönes Schnitzel mit Pommes. Und dazu natürlich ein kaltes Bier. Natürlich. Ich bin Vegetarierin und liebe vegetarische Hamburger. Aber ich esse auch sehr gern Salat. Am liebsten Kartoffelsalat. Der Kartoffelsalat meiner Oma ist super lecker. Ja, das klingt wirklich super lecker. Und die Gerichte generell, generell, die Gerichte von meiner Oma sind auch super, super lecker. Ja. Und was trinkst du gern? Auch ein Bier? Ist das vegetarisch? Ich glaube schon. Im Restaurant trinke ich normalerweise Apfelschorle. Zu Hause trinke ich meistens Wasser. Apfel? Was? Was ist das? Apfelsaft mit Mineralwasser. Das kennst du, Henry, oder? Ja, klar. Natürlich kenne ich Apfelschorle. Ich trinke meistens Wasser, weil es keinen Zucker hat. Und nach dem Sport schmeckt mir Wasser zum Beispiel auch am besten. Das stimmt. Machst du viel Sport, Henry? Ja. Jein. Also ich gehe fast jeden Tag am Morgen joggen. Ja, fast jeden Tag. Super. Um wie viel Uhr gehst du joggen? Ach, also ich stehe so um 7.30 Uhr auf. Ja, sehr früh. Und dann gehe ich um 8 Uhr joggen. Okay. Und für wie lange? Normalerweise für eine Stunde. Da laufe ich circa, ja, 8 Kilometer. Boah, Respekt. Ich mache gern Sport, aber nicht oft. Morgens bin ich meistens zu müde. Ich mache abends manchmal Sport. Und Yoga. Ja, das verstehe ich. Und Yoga ist auch gesund. Und man bleibt jung. Das stimmt. Das stimmt, Henry. Wie alt bist du nochmal? Oh, sehr jung. Okay. Ich bin immer noch sehr jung. Ich bin 33 Jahre alt. Und du, Lisa? Ich bin auch 33 Jahre alt. Lustig. Ja, wirklich lustig. Oh, hier bei mir in Hamburg regnet es nicht mehr. Sehr cool. Super. Und was machst du dann heute? Hm, äh, keine Ahnung. Hast du eine Idee? Hm, also du kannst in ein Café gehen oder ins Schwimmbad gehen und schwimmen. Hm, schwimmen sagst du? Hm. Nein, ich glaube nicht. Ich habe heute schon Sport gemacht und ich glaube, ich brauche eine Pause. Hast du vielleicht eine andere Idee? Stimmt. Ähm, ja. Vielleicht kannst du ins Kino gehen. Gehst du gerne ins Kino? Hm, ja. Gute Idee. Ja, ja, wirklich. Ähm, ich gehe sehr gerne ins Kino, Lisa. Ja. Mein Freund hat letzte Woche einen guten Film gesehen. Ah, okay. Aber ich habe den Namen vergessen. Hm. Ich kann ihn fragen. Ja, es ist ein Film über einen Mann. Er macht ganz alleine eine Wanderung in der Sahara. Ach ja? Ein Mann wandert ganz allein in der Sahara. Der Film ist interessant. Ja, mein Freund war begeistert. Er findet den Film toll. Okay, ja. Du kannst mir gern den Namen des Filmes schicken. Ich muss, Lisa, aber heute noch einkaufen gehen. Ja. Mein Kühlschrank ist komplett leer und ich habe kein Mineralwasser mehr. Und du, was machst du? Was musst du heute noch machen? Zuerst muss ich arbeiten. Und zum Glück habe ich noch Spaghetti mit Tomatensauce von gestern. Oh, zum Glück. Ja, ich muss also heute nicht kochen. Und nach der Arbeit möchte ich heute früh einschlafen. Ich bin sehr müde. Echt? Hast du letzte Nacht nicht gut geschlafen, Lisa? Nein. Ich habe gestern Abend sehr lange mit meiner Schwester telefoniert. Sie hat eine Erkältung und ihre Nase war rot und dick. Sie war traurig, weil sie nächste Woche einen neuen Tanzkurs anfangen möchte. Bis Montag muss sie gesund sein. Oh, das tut mir leid, Lisa. Sie soll viel trinken und früh ins Bett gehen. Dann ist sie schnell, ja, dann ist sie schnell gesund. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Und es ist bestimmt nur eine Erkältung. In zwei Tagen ist sie wieder gesund. Ja, das denke ich auch. Sag mal, Henry, hast du auch Geschwister? Ja, ja. Ich habe eine Schwester und sie ist 38 Jahre alt. Okay. Sie wohnt in Lübeck und hat zwei. Hat zwei Kinder. Wie schön. Zwei Kinder. Ja, richtig schön. Zwei Kinder. Und ja, sie ist mit einem Spanier verheiratet. Ach, okay. Ihr Mann kommt aus Spanien? Ja, aber er spricht schon sehr, sehr gut Deutsch. Er hat nämlich schon ein paar Deutschkurse bei, ja, natürlich bei uns, bei Toto Aliman gemacht. Ja, natürlich. Und ja, jetzt versteht er die Grammatik sehr gut und er hat keine Probleme mehr und er ist sehr, sehr glücklich. Ah, toll. Und was machen deine Schwester und ihr Mann beruflich? Was arbeiten sie? Meine Schwester und er haben einen kleinen Laden in Lübeck. Ah. Sie verkaufen spanische Spezialitäten und Wein. Oh, wow. Toll. Das finde ich super. So, das war unser Gespräch auf Deutsch für dich und die anderen Todo-Alemanes. Esta fue nuestra conversación en Alemán para ti y los demás Todo-Alemanes. Lisa und ich, wir haben uns sehr gut gefallen. Wir haben uns ein Wunsch auf dieses Gespräch. Wir haben uns ein Wunsch auf die, wenn es dir gefallen hat. Und jetzt möchte ich dir einige sehr gute Tipps auf den Wunsch auf den Wunsch auf den Wunsch auf den Weg zu maximieren. Wie können Sie die Wunsch auf den Wunsch auf den Wunsch auf den Wunsch auf die Wunsch auf den Wunsch auf den Weg. y solo lee el diálogo entero. Paso 2. Ahora activa el sonido y solo escucha la conversación sin leer los subtítulos. Paso 3. Puedes jugar con la velocidad del vídeo para aumentar, reducir el nivel de dificultad. Puedes empezar con 0.75, luego 1.0, que es la velocidad normal, y luego incluso 1.25. Aprovecha la transcripción de la conversación para leer y asimilar todo con tranquilidad. También te recomendamos que estudies el vocabulario, ya que una base de vocabulario sólida es muy importante. Pero Henry, ¿dónde consigo la transcripción junto con el vocabulario? Lo genial es que podrás descargarte la transcripción junto con todo el vocabulario en nuestra página web www.toroalemán.de para ejercicios. Es un verdadero tesoro. Y estamos seguros de que pronto tú también podrás hablar como acabas de ver en esta conversación. Los alumnos que estudian con nosotros consiguen expresarse así en unos pocos meses. Suena muy bien, ¿verdad? Pues en nuestra página todoalemán.de encuentras gran variedad de cursos para aprender bien el alemán, entender la gramática y ganar fluidez al hablar. Con nuestro método ya hemos ayudado y acompañado a más de 5.000 alumnos hispanohablantes. Estamos muy orgullosos de eso y seguro que a ti también te podemos ayudar para que hagas realidad tus sueños. Nos vemos muy pronto en el próximo video o en nuestros cursos. Un fuerte abrazo und liebe grüße. Tschüss.